Komm schon, Ellie. Dreht er sich in der Sekunde weg? Ohne Quatsch, diese behinderten Mollys, ne? Komm, man verarztet dich doch. Jetzt stehe ich im Feuer. Ey, manchmal diese Steuerung, die macht mich so wahnsinnig. Gott, ey. So. Versuch Nummer 7000. Original wieder daneben. Jetzt wollte er schon wieder nicht schießen. Lad durch, Mann. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ich, äh, drehe hier langsam durch, Leute. Also, langsam ist echt Achterbahn, ey. So. Du machst jetzt einen Abflug hier. Ich hoffe, dass ich unten in Deckung bin. Aber da rechts war, glaube ich, auch noch einer, oder? Genau, der. Sehr gut. Das ist der Spacko mit dem... Du bist brennender Arschloch. Wie weit kann er das Ding werfen? Gut, Elian, erwischt. Hör mal, wie viel hält denn der aus? Junge, jetzt bist du aber tot, oder? Wo ist denn der Molotow-Spinner? Ist klar, jetzt haben wir noch den Vogel da oben. Aber wir sind doch bestimmt noch mehr. Da hinten kauert auch noch einer. Wo da drüben? Nee, ne? Gott, der Westpann ist schon wieder so weit gewesen. Wer war das denn jetzt hier? Mit der Pumpgun aus der Entfernung? Scheiße, Mann. Sieht echt nicht gut aus. Komm, schnell, verbind dich. Was sind sie denn? So, verrecke. Ich kann auf jeden Fall schon mal besser ziehen als ich. Aber das war nicht allzu schwer. Puh. Zum Glück geschafft. Wie war ich? Wie wär's mit etwas... ...in deiner Größe? Ist nur für den Notfall. Okay. Was ganz glücklich ist er mit der Entscheidung immer noch nicht, ja? Ist ganz gut, wenn die Kleine jetzt die Knifte hat. Wenn ich mal wieder das Schleichen verkacke. Super. Ich hätte auch Rauchbomben und alles einsetzen können. Und das fällt mir natürlich jetzt alles ein. Wo es schon viel zu spät ist. Kannst du irgendwas bauen? Ja, Medipex. Yay! So. Ach so, konnte man dann nicht noch hochlaufen, oder was ist jetzt gesperrter? Doch, hier kommen wir noch hoch. Vielleicht liegt hier oben ja noch irgendwo was Tolles. Ehrlich spaziert da unten allein rum. Das hat jetzt eine Knarre. Geht das klar? Aber der Boss war ja nicht hier. Ich wette, um den müssen wir uns auch noch kümmern. Oh. Ein paar Uraltrechner. Gehen wir einfach mal wieder runter. 25 Teile. Coole Sache. Was haben die denn da auf den Grill geschmissen? Das sieht aus wie Ratten, oder? Naja. So, drücken, 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 drücken. Ja, komm los, du hast es fast. Die blöde Kette glänzt. Warte. Mach ich. So. Gute Idee. Und hier gibt es wieder Zeug. So, und jetzt? Das Ding wieder da rausziehen, ne? Aber es wird aber schon Beine laut, wenn das Tor jetzt runterfällt. Sollte doch reichen, oder? Aber wer ist, nachdem ich hier wieder aufgesammelt habe? Joink. Bergbank. Was haben wir denn? Okay, Pistole oder Langwaffe habe ich schon. Panzerbrechend. Okay. Äh, ja. Oh, das Ding kann man also noch richtig krass aufwerten. Alles klar. Dafür fehlt mir Stufe 3. Nichts. Den Rückschuss fand ich jetzt nicht so heftig von dem Teil. Okay. Möglichst schnelleres Ziel mit der Waffe. Ja, ich spiele gerne mit dem Bogen, wenn ich einen Pfeil habe. So, das habe ich noch 42. Ja, doch. Einmal Rückschuss mache ich. Und das mache ich auch einmal. So, dann haben wir ja eigentlich alles durch. Das wird uns helfen. Pillen. Wie viele fehlen mir da noch? Ich habe 30. Ich habe 30, ja. Medi-Kids schneller. Ah, doch, 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 doch. Das mache ich mal. So. Weil, äh, habt ihr eben gesehen? Der hat ja teilweise ... Fuck. Echt lange an sich rumgedoktert. Was für Wichser. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ja. Wir hätten nichts tun können. Ich weiß. Aber ... Die hatten einen gepanzerten Wagen, Ali. Da hätten wir echt nichts machen können. Gehen wir zur Brücke. Okay. Ich glaube, selbst wenn wir an der Brücke ankommen, dann war es das hier irgendwie noch lange nicht für die Stadt. Ich weiß nicht. Ich habe es irgendwie so in Morin. Ich habe auch irgendwie in Morin, dass wir Tommy eventuell irgendwie nochmal wieder treffen werden. Aber ob das dann so gut ist, weiß ich nicht. Ja. Irgendwann haben sie die beiden geprüftet. Ich dachte, sie hätten auch was der Stattung gehabt. Komm, mach den Dreck kaputt, die blöde Sau. Was die mit den anderen Menschen machen, geht gar nicht. Oh fuck. Dummes Arschloch. Ali. Du musst die Knarre. Was ist los mit dir? Ja. Da kannst du gucken. Mädel. So, der hat die Schere da jetzt noch schön drin hängen. Warum kann ich mir die denn nicht wieder nehmen? Ja, ich nehme die über die Eisenstange so. Hätte ich den besser direkt mit dem Messer erledigt, ey. Naja, danach weiß ich es immer besser. Ist so. Okay, hier kommt man nicht raus. Sonst noch irgendwelche Überraschungen hier? Hallo. Überraschungen. Gott. Da habe ich mich auch echt gerade total erschrocken, als der Typ da auf einmal von hinten mit dem ankam. Gott. Na, kleines. So, wie ich sehe, wir haben eh nur noch eine Minute auf der Uhr. Gucken wir hier nochmal. Noch habe ich nichts gesehen. Ja. Wo im Ostendel? Ja, nicht. Was ist mit der Martin Street? Ja, da fahren sie gerade durch. Vielleicht können sie sie auch freuen. Uuuuuh. Ich glaube, dass du haltest. Wir sind in der Zwischenzeit. Wir müssen ja irgendwo auftauchen. Wir müssen mal deine Lücken machen. Was ich mich auch noch frage, gibt's... Ja. Sogar zwei. Boah. Das ist jetzt aber nochmal gut gegangen, ey. Scheiße, Mann. So, die olle Sacknase steht da rum. Ähm, ich frage mich, ob es hier auch schallgedämpfte Waffen gibt. Später mal vielleicht. Das wäre irgendwie awesome. Ja, schrei doch. Noch lauter. Ja, ich sehe ihn. Der kommt. Siehst du es? Guck, guck. Junge. Nicht mit mir. So, wie ich mein Glück kenne, tauchen jetzt hier wieder 5000 Leute auf, oder? Da ist einer. Hab ich ganz kurz gesehen. Hab ich nicht grad irgendwie... Genau dich hab ich gesucht. So, da unten. Fuck, wo ist er jetzt hin? Wow. Von wo? Ähm. Das hab ich drauf. So, viel Spaß. Wo ist der Kel, der hier vorne war? What zum Teufel? Wie können ich mich sehen? Ist es wieder so weit, ja? Die können mich sehen, aber ich die nicht. Da. Da. Ja, super. Ah, da. Da kann ich es hin. Hat es gereicht? Nö. Ja, klar, Mann. Das muss aber tot sein, oder? Ich... Hallo? Was hält denn der aus? So, jetzt... Was sagt die Uhr? Ich bin schon drüber. Aber... Ich muss noch warten, bis zum nächsten Schweizerpunkt. Weil sonst muss ich das hier alles nochmal spielen. Nee, nix ausschwärmen. Na, wo seid ihr Sack-Nasen? Zwei Stück da. Alles klar. Das wird es ja wohl noch nicht gewesen sein, oder? Die Frage ist... Ich kann die Brücke auch nicht sehen. Ich weiß jetzt auch nicht gar nicht... Wie weit was wir haben? Der hat Molly in der Hand. Was hat denn der in der Hand? Ellie, bleib geduckt. Da vorne ist der andere. Ellie, du blockst! Was für ein Messer? Geht nicht, super. Warum geht's denn jetzt nicht mit dem Messer? Und warum schießt du rum? Dafür musst du bezahlen! Comic sind gut. So. Jetzt hat er gespeichert. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Und... ...